Willst du aber ganz langsam, gell? Sag ich, ich bin ja erst mal beim Samstag, glaub ich. Alle, Alexandra. Sagst du nicht alle, also bleibst du dort stehen. Du, da steht. Du sollst jetzt mal ein bisschen ruhig sein, sonst kannst du dir mal einen Samstag in den Schwarzwald. Da steht, du bist ganz, ganz brav. Das sollte ich eigentlich noch am besten wissen, gell? Ja, ja. Und da steht auch noch. Du kannst schon eine ganzelei aufs Arbe. Sagst manchmal, Mami, muss ich Brony machen? Und dann kannst du aufs Arbe gehen, Brony machen? Bist du aber schon ein grosses Mädchen? Ja, ja. Dann denkst du, mit der Oma denkst du an mich singen? Ja. Geht ihr auch die Lieder singen? Schiffli fahren. Schiffli fahren auch? Ja. Hä? Lass sie ausdrücklich. Scheiße! Halt! 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 Ich hab hier extra noch geschrieben, ob sie in Santhi Glausen von Berg sind. Nein, weißt du, wie der Sand in deinem Sänger wird? Jetzt wollen wir einfach schauen. Jetzt wollen wir einfach schauen, dass es ganz, ganz fest ruhig wird, gell? Also, tun wir mal die Sachen. Ganz ruhig. Und vor den Sturm und ja, das Schiff fliegt grad noch um wie die Bohnen. Und jetzt schau mal, wie sie klatschen. Alles für dich. Ich habe schon ein ganz schönes Fässchen gesehen. Danke. 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 Tschau. Alexandra. Tschau. Tschau.